Vater, wie oft habe ich mich schon gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die Erfüllung meines Herzens? Wie oft habe ich mich gefragt, was ist das Geheimnis? Warum bin ich hier? Was treibt mich von innen und gibt mir die Kraft, immer wieder aufzustehen? Immer wieder komme ich in Situationen, es wird dunkel. Ich sehe nichts mehr und innerlich werde ich durchdrungen mit allen möglichen Empfindungen, Ängsten, Zweifeln und Bedrängnissen. Ich fühle mich wie tot. Und doch bin ich nie allein. Ich bin nie allein. Ich fühle, da ist jemand. Jemand, der mich liebt. Jemand, der mich von ganzem Herzen liebt. Es gibt nichts Schöneres, als genau in so einem Moment völlig loszulassen. Loszulassen von jedem Zweifel, jeder Angst. Mich einfach fallen zu lassen in deine Hände. Einfach nur deine Gegenwart zu genießen. Deine Herrlichkeit. Ich gehe in diese tiefe Ruhe ein und schaue einfach nur dich an. Gerade wenn es schmerzt, egal wo, warum und auf welche Weise. Genau darin darf ich dir begegnen und dich persönlich berühren. Das ist das Schönste, was es gibt. Erfüllt von dir zu sein. In jeder Hinsicht. Mit gefestigtem Herzen und einem tiefen Vertrauen freue ich mich in dir. Ich freue mich in dir und bin glücklich. Ich bin einfach nur glücklich, weil ich dich habe und weil ich weiß, dass du mich führst. Vater, ich bin verfügbar für dich. Was willst du jetzt von mir? Ich rechne mit dir, dass du wirkst. Ich rechne mit dir, dass du mich inspirierst. Dass mein Leben einzig und allein von dir geprägt wird. Du bist führungsfähig in jeder Situation meines Lebens. Du sagst, ich habe es an Glauben gebunden. Vertraue mir in jedem Moment und rechne damit, dass ich dich führe. Traue es mir zu. Ich werde dich den besten Weg führen, genau dahin, wo ich dich haben möchte. Vater, ich bin verfügbar für dich. Lass mich den erstbesten Weg gehen, dass du alles aus mir rausholen kannst, was du irgend dir gedacht hast, was deinem Reich nützlich ist. Ich öffne mich für dich und gehe mit dir mit. Du schreibst mit mir Geschichte. Es ist deine Geschichte. Es ist dein Drehbuch. Du selbst bist das Geheimnis meines Lebens. Dass du mir vorausgehst. Dass du alles bestimmst und prägst. Dass du meine einzige Triebkraft bist. Ich nehme jede Situation als von dir gefügt an. Ich streng mich nie an, von dir gelenkt zu werden. Ich weiß, das, was auf mich zukommt. Du lenkst. Mein größter Wunsch näher zu dir. Ich bin verfügbar für dich. Das ist der Sinn meines Lebens. Meine einzige Motivation. Ich bin glücklich in dir. 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 Vielen Dank.